Jo Leute, willkommen zu einem weiteren und neuen Video hier auf unserem Kanal. Angeln oder nichts, im Hintergrund seht ihr den Hafen, wo wir unser Boot liegen haben. Und so schnell es begann, so schnell es endet jetzt auch wieder. Dadurch, dass sehr sehr viel Wind ist, werden wir das Boot jetzt abbauen und dann heute einfach hier so ein bisschen im Hafen noch angeln. Wir gucken mal, vielleicht bekommen wir ja was geiles noch raus. Auf jeden Fall morgen knallt es dann hoffentlich wieder ordentlich. Und jo, wir sehen uns dann beim Boot abbauen. So, Boot wurde jetzt wieder an Land geschafft. Von dort nach dort. Motor ist abgebaut. Wir werden jetzt das Boot noch Luft rauslassen und dann ins Auto verladen. Und genau, dann geht's angeln auch schon los. So, Angelberg erbaut. Wir sehen, wir gehen jetzt hier mal auf den Steg und werfen mal zwischen die Boote mit Wurm. Vielleicht haben wir ja einen Barsch dran. Ich würde sagen, legen wir los. Wir sehen, wir sehen uns. Boah. Boah. Wir können 20 haben, oder? Mhm. Leider nein. So, bitte, wir kommen jetzt noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020